Die Stadt Rostock sucht eine Sachbearbeiter-Sternchen-Infraimigration. Müsst ihr euch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben seit Wochen eine Demo gegen Rechts und hunderttausende Menschen sind auf der Straße. Und es gibt genug, die nicht bei der Tagesschau arbeiten und für die dann auch interviewt werden. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt genug, die wirklich diesem ganzen Narrativ, dieser ganzen Propaganda auf dem Lein gegangen sind, dass die AfD ja so böse ist und alle Ausländer abschieben möchte. Und jetzt? Rostock? Ich glaube nicht, dass da jemand von der AfD regiert. Oder ist da irgendwas bei mir vorbeigegangen? Und wo ist hier der Shitstorm bitte? Also warum seid ihr laut auf der Straße gegen Rechts und jetzt gleichzeitig machen diejenigen, die mit euch auf der Straße waren, also die Regierung, die stellen jetzt Menschen ein, die rigoros abschieben und zwar in Vollzeit. Merkt ihr eigentlich, was für eine Shitshow hier im Gange ist? Und lasst ihr euch immer noch verarschen? Einfach mal drüber nachdenken.